Guten Tag, guten Abend, liebe Geschwister. Wir begrüßen euch alle nach meinem Namen Joshua. Wieder einmal wollen wir das Evangelium teilen und wollen, bevor wir natürlich anfangen, diesen Moment in dem Namen des Herrn lassen. Wir beten zusammen. Herr Joshua, wir danken dir für diesen Moment. Wir danken dir für deine Güte. Wir danken dir für deine Liebe, für deine Treue, für das alles, was du tust, Vater. Wir wollen dein Wort wieder mit dir teilen. Du hast gesagt, da wurde zwei oder dreißig in deinen Namen versammelt. Du bist da, Vater. Führe uns, berühre unser Herzen, bereite uns vor, denn du kommst bald zurück. Bereite deine Gemeinde vor, die unbefleckt sein soll vor deinen Augen. Rein, voller Herrlichkeit, voller Liebe, voller Heiligkeit in deinen Augen, Vater. Bereite sie vor, denn du kommst bald zurück in die schnellste Geschwindigkeit, um deine Gemeinde zu holen, Vater. Du mögest regieren, du möge uns lehren, denn der Heilige Geist ist der, der uns in die ganze Wahrheit führen wird, Vater. Danke, in deinem Namen haben wir gebetet, im Namen Joshua. Amen. Ich begrüße euch nochmal, im Namen Joshua. Seid gegrüßt. Freut mich wieder, das Evangelium mit euch teilen zu können, weil die Bibel sagt, der Mensch wird nicht nur vom Brot leben, aber von jedem Wort, was aus dem Munde vom Herrn kommt. Und das wahre Evangelium ist die wahre Nahrung, was unsere Seele ernährt, was uns stärkt, was uns reinigt, was uns ermutigt in die schwierigen Zeiten. Die Zeiten werden nicht besser, weil die Zeiten werden immer schwieriger. Also müssen wir uns gut ernähren, damit wir auch durch die Zeit durchkommen können. Amen. Der Herr sei gelobt. Wir werden kurz teilen. Ich werde kurz sein. Wir werden in Matthäus, Kapitel 22, wir teilen ab Vers 34. Dann wird zusammen teilen. Ich lese. Ein Gesetzesgelehrter und versuchte ihn und sprach, Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, dein Elohim, also dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Da gibt es in einem Buch, der wird sogar zugefügt mit deiner ganzen Kraft. Dieses ist das größte und das erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Amen. Also wir haben mehrere Informationen in diesem Text. Wir sehen, dass die Pharisäer gekommen sind. Die Pharisäer und die Sadduceeer waren zwei verschiedene Spalten, zwei verschiedene Sekten. Aber da haben sie sich zusammengetan. Da sieht man sogar, wenn es um die Wahrheit geht, sind sogar die Feinde fähig, sich zusammenzutun, obwohl die nicht miteinander sprechen. Aber sie sind fähig, sich zusammenzutun, um zu versuchen, die Wahrheit zu erlöschen. Aber wer kann den Herrn besiegen? Niemand. Wer kann ihn versuchen, weil er versucht, ihn zu versuchen? Niemand. Sogar der Teufel hat sich geschafft. Und dann werden die das schaffen? Nein. Der Herr ist allmächtig. Der weiß alles. Der sieht ganz gerade in deinem Herz. Und der weiß sogar, was du denkst, bevor du deinen Mund öffnest. Amen. Hier wird eine Frage gestellt. Das waren Gesetzesgelehrte. Also die haben das Gesetz anderen Leuten gelehrt. Das Gesetz, das Gesetz von Mosche. Amen. Und wir können gut sehen, warum hat er die Frage gestellt. Weil er kannte das Gesetz. Also er hat versucht, ihn zu versuchen. Es gibt manche Leute, die stellen Fragen, weil die wirklich wissen wollen. Also die wollen wirklich sich Intelligenz holen. Die wollen wirklich eine Information holen. Aber es gibt manche Personen, die stellen Fragen nicht, weil die das wollen. Aber die haben böse Gedanken. Ein Gedanke vom Schlange steckt dahinter. Und zwar er versucht, dich zu versuchen. Er versucht, dass du einen Fehler machst, dass du fällst. Dass du dich von den Leuten bloßstellst. Das ist sein Ziel. Aber wer kann den Herrn versuchen? Der Herr hat Himmel und Erde erschaffen. Diese Leute waren nicht da. Der Herr hat sie erschaffen. Die waren nicht da. Und dann wollen die versuchen. Nein, das funktioniert doch nicht. Ein Beispiel. Also wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein, wenn wir Fragen stellen, was für eine Motivation steckt dahinter. Weil wir können den Herrn nicht versuchen. Und wir dürfen nicht vergessen, die Leute, die die Botschaft wiedergeben, also die wahren Prediger, die wahren Kinder von Elohim, die sind von seinem Geist geführt. Also wenn du versuchen würdest, ihn zu versuchen, wenn du, ja, aber du wirst dann, du wirst dich bloßstellen. Genau so wie die auch. Das wird auf dich zurückkommen. Deswegen rate ich davon ab. Demut, 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 Demut. Amen? Sie fragten ihn, welches Gesetz ist das größte? Warum? Weil es gab mehrere Gesetze. Wir wissen, dass Moses die zehn Gebote bekommen hat. Aber abgesehen von zehn Gebote, das war nicht alles. Ich werde kurz davon sprechen, aber wenn der Herr möchte, werden wir nochmal das ganz klar und deutlich darüber sprechen. Es gab die zehn Gebote, die der Mose bekommen hat. Auf dem Berg Sinai oder auf dem Berg Horeb, wir können sehen im dritten Mose ab Kapitel 19 und man sieht sogar, dass die zehn Gebote ab Kapitel 20 sogar anfangen. Aber abgesehen davon, wenn man, zweite Mose, sorry, zweite Mose Kapitel 19, kann man das sehen und man sieht sogar ab zweiter Mose 20, also Exodus, dass dann die zehn Gebote gegeben wurden. Aber ab dritten Mose, wenn man zum Beispiel weiterliest und man auch dieses ganze Boot von Leviticus nimmt, dritte Mose und da sind auch Gesetze drin oder andere Gebote, die er bekommen hat. Und es waren auch, es waren insgesamt 613 weitere Gebote. Das heißt, insgesamt mussten Israel, die Juden, 613 Gebote respektieren, hatten die, die sie respektieren mussten, die sie halten mussten. Und damit die Koscher sind, also damit die rein sind, mussten die alle 613 respektieren. Also wenn du nur 612 hattest, warst du, wie man sagt, knapp vorbei, knapp daneben, aber ist auch vorbei. Amen. Damit du ein Tor schießt, musstest du 613 haben. Amen. Und genau so war das, 613 Gebote hatten die und die kommen und versuchen, sie zu versuchen. Ich werde nochmal weitergehen. Die 613 waren gesplittet in drei verschiedene Sorten. Und zwar gab es die zehn Gebote, die wir kennen, ist gleich, können wir sagen, Gebote. Das war dann das moralische Gesetz. Und dann gab es noch das zeremonielle. Und zivil oder sozial. Amen. Das heißt, das waren drei verschiedene Arten oder drei verschiedene Spalten von Gesetzen oder von Geboten, also von Gesetzen, Arten, die sie hatten. Die wussten das, die kannten sie, die haben sie gelehrt. Es gab es damals zwei Schulen. Es gab es die Schule von Ilen und die Schule von Shammai. Und da haben die damals diese Gesetze gelehrt. Und die haben versucht, ihn zu versuchen. Aber da der Herr größer ist als wir, hat er ihnen die perfekte Antwort gegeben. Und wir konnten heute davon auch profitieren. Das heißt, damals gab es diese Gesetze. Damals gab es diese Gebote. Es gab es das moralische Gesetz, das zeremonielle und das zivile. Wenn der Herr will, wenn wir noch mal darauf tiefer eingehen. Die zehn Gebote, dieses moralische Gesetz ist gleich ungefähr die zehn Gebote. Außer einer von denen. Weil einer von denen sagt, du musst den Sabbat respektieren. Das ist auch, Sabbat würde zum Zeremonial gehen. Weil es war eine Zeremonie, die man regelmäßig machen musste. Machen wir heute nicht mehr so. Amen. Warum? Werden wir auch erklären. Im Prinzip wollte ich auf etwas anderes eingehen. Ich frage eben, was ist das größte Gesetz? Der Herr sagt zu dem, kein Problem, ich antworte. Er sprach zu dem. Du sollst den Herrn, dein Elohim, lieben. Von deinem ganzen Herzen, von deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und das erste Gebot. Wovon hat er gesprochen? Von der Liebe. Von der Liebe. Wow. Und diese Liebe, nicht teilweise, aber im Prinzip musst du dir zu 100% lieben. Das hat er von denen verlangt. Dass du den Herrn von 100% liebst. Von deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Ja und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Herz. Nicht nur mit einer Herzhälfte, aber mit beiden. Komplett. Amen. Von der Liebe. Hat er gesprochen. Von welcher Liebe? Weil, wir dürfen nicht vergessen, die Bibel wurde damals in drei Sprachen geschrieben. Und zwar in Hebräisch, ein großer Teil, ein kleiner Teil in Aramäisch und nochmal ein großer Teil auf Griechisch. Und ab Matthäus, bis zur Offenbarung, wurde es auf Griechisch geschrieben. Und wir dürfen nicht vergessen, die griechische Sprache ist viel reicher in manchen Wörtern. Das ist genauso, als würde ich sagen, okay, ich besitze ein Schloss. Auf Deutsch kann Schloss, Fahrradschloss bedeuten, aber es kann auch das Schloss bedeuten, da wo eine Person wohnt. Aber wenn ich zum Beispiel in Französisch gehe und das so, wenn ich sagen würde, okay, ich besitze ein Fahrradschloss, dann würde ich sagen, ich besitze, j'ai un cadenas. Das ist viel eindeutiger, das ist gesplittet. Man weiß, okay, von welchem Wort man spricht. Und hier von Liebe hat man hier im Prinzip, gibt es mehrere Arten. Es gibt die Liebe des Herrn. Agapau. Von dem Wort stammt auch die Liebe Agapé. Es gibt mehrere Arten. Ich will jetzt nur drei Arten als Beispiel nehmen. Philadelphia und zum Beispiel, damit es verständlich ist, nehme ich noch Eros. Wenn man die drei Wörter auf Deutsch übersetzen würde, heißt es Liebe, Liebe und Liebe. Aber auf Griechisch Agapau, Philadelphia und Eros. Also viel präziser. Man versteht direkt, von wovon man spricht. Amen. Agapau ist einfach die Liebe des Herrn. Die Liebe ohne Gewinn, ohne Profit, ohne Vorteil. Philadelphia ist die Liebe zwischen Brüdern und Schwestern, die wir in der Gemeinschaft haben. Und Eros ist die Liebe, von dem stammt auch das Wort Erotik. Das ist die Liebe, die ein Mann zu einer Frau anzieht oder andersrum. Amen. Aber von welcher Liebe hat der Herr gesprochen hier? Natürlich von seiner Liebe. Und zwar die Liebe ohne Profit. Amen. Und gleichzeitig kommt mir die Frage, weswegen kommen wir zum Herrn? Aus welchem Grund kommen wir zum Herrn? Aus welchem Grund kommen wir zum Herrn? Weil wir davon Profit haben wollen? Weil du irgendwie, ja, mir ist langweilig, ich habe keine Freunde. Und dann kommst du in die Gemeinschaft, damit du, ist das der Grund? Kommst du zum Herrn, weil du vielleicht eine hübsche Frau in der Gemeinde gesehen hast und denkst, okay, damit ich sie kriege, muss ich mich ja tarnen, muss ich so tun. Und dann komme ich zum Herrn. Ist das dein Grund? Kommst du zum Herrn, weil dir irgendein falscher Lehrer dir verspricht, dass wenn du zum Herrn kommst, dass du Millionär sein wirst? Ist das der Grund, warum du zum Herrn kommst? Dann bist du total daneben. Von der Liebe, die er hier gesprochen hat, die Liebe Agapau. Die Liebe ohne Profit, ohne Gewinn. Du liebst ihn, weil er dein Schöpfer ist. Du liebst ihn, weil du ihn liebst. Punkt. Amen. Davon hat er gesprochen. Davon hat er gesprochen. Es gibt nur andere Arten von Liebe. Er hat gesagt, es gibt Liebe vom Geld. Es gibt Liebe dieser Welt. Und davon hat er nicht gesprochen. Davon sollen wir die Finger lassen. Weil diese Dinge werden uns von ihm trennen. Aber die Liebe, die uns zu ihm anziehen kann, ist diese Liebe hier. Die Liebe ohne Profit, die Liebe ohne Gewinn. Dass du liebst ihn, weil er dein Schöpfer ist. Amen. Aber da wir wissen, der Herr ist der Erste in allem. Er würde uns nicht von uns etwas verlangen, was er selbst noch nie getan hat. Er ist das perfekte Vorbild. Er ist nicht wie die Pharisäer, die ihn versucht haben. Was hat er gesagt in Matthäus? Matthäus, ich schau mal. Was hat er uns gesagt? Und zwar, genau, Matthäus 23. Dann redet Joshua zu den Volksmengen und spricht zu den Jüngern. Aber Vers 1. Auf Moses Lehrstuhl haben die Schriftgelehrten und die Pharisäer gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, tut und haltet es. Aber handelt nicht nach ihren Werken. Also die sitzen auf den, auf die Gebote, die ich vorhin hier hatte. Die sitzen auf den Geboten, was Moses bekommen hat. Beobachtet sie und hört, was sie sagen, setzt es um. Aber was die tun, tut es nicht. Die reden von dem Gesetz. Das ist gut. Aber ihr Verhalten ist nicht das Verhalten, was das Gesetz von dem verlangt. Also tut nicht, was sie tun. Amen. Was sagt er? Alles nun, was sie euch sagen, tut und haltet. Aber handelt nicht nach ihren Werken. Denn sie sagen und tun es nicht. Amen. Aber Joshua ist nicht so. Wenn er was sagt, hat er es schon getan. Darauf wollte ich hinaus. Die sagen, aber tun es nicht. Die sagen zu euch, mach das, aber tun es nicht. Mach das, aber tun es selbst nicht. Die legen schwere Last, ein schweres Joch auf anderen Leuten. Aber tun es nicht. Selbst Rüde, nicht mal einen einzigen Finger. Null. Aber der Herr verlangt von uns, okay, wir sollen lieben, von der Liebe. Er war der Erste. Wir können es sehen. In Johannes 3. Das wird uns auch helfen, diese Liebe besser zu beschreiben. Johannes 3, ab Kapitel, äh, ab Vers 16. Ein Vers, was diese Bibelbeste, die jeder auswendig kennt. Denn so hat Elohim die Welt geliebt. Wie hat er sie geliebt? Er hat die ganze Welt geliebt. Wenn man von der Welt spricht, spricht man von allen fünf Kontinenten. Von allen Menschen. Alle sozialen Klassen. Armen, reich, Prostituierte, alle. Hast du Behinderung, hast keine. Alle Menschen. Er hat die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ob du ihn annimmst oder nicht, das ist deine Sache. Aber er hat gegeben, er hat geliebt. Für alle. Ohne Profit. Was für einen Profit hätte er von uns? Was können wir ihm geben? Gar nichts. Amen. Was können wir ihm geben? Nichts. Er hat keinen Profit von uns. Wir hätten mehr. Wir hätten Profit. Weil wir haben das ewige Leben. Wir hätten einen Vorteil daraus. Wir hätten ein ewiges Leben. Aber er ist unser perfektes Vorbild. Er hat sein Leben gegeben. Für die ganze Welt. Und wenn, er hat selbst gesagt, ich lege zwei Wege vor dir. Segen und Fluch. Leben und Tod. Ich rate dir. Nimm das Leben. Hier. Sein einziger Sohn ist das Leben. Wie heißt der? Joshua. Der wahre Weg. Der einzige Weg. Aber die Wahl liegt an dir. Du hast die Wahl. Er ratet uns. Aber er zwingt uns nicht. Wow. Das heißt, er möchte das für ihn nachfolgen. Aber durch die Liebe. Dass unsere Motivation die Liebe zu ihm ist. Zu ihm. Und nicht zu den Dingen, die er uns gibt. Oder geben kann. Oder die wir uns vorstellen. Oder die man uns in den Kopf gesetzt hat. Die gar nicht stimmen. Komm zu Joshua, du wirst heiraten. Komm zu Joshua, du wirst millionär. Komm zu Joshua, du wirst verreisen. Komm zu Joshua, du wirst eine Megachurch haben. Was? Nein. Hier, dieses Liebe hier. Amen. Er ist der Erste in allem. Er hat die Welt so sehr geliebt. Er hat seinen einzigen Sohn gegeben. Damit die, die an ihn glauben, das ewige Leben erhalten. Das ewige Leben. Amen. Wir werden noch sehen. Anderes Beispiel. Und zwar in Römer 8. Deswegen liebe ich den. Das heißt, bevor ich schon hier war, hat er sich schon geopfert für mich. Da steht er in Johannes. Und Römer sagt uns nichts anderes. Römer. Römer 5. Römer 5, Vers 8. Elohim, aber er weist seine Liebe zu uns darin, dass Maschia, Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Wow. Somit hat er seine Liebe beweist. Wir waren noch nicht mal da. Also ich war noch nicht da. Ich weiß nicht, ob du schon da gelebt hast, aber ich war noch nicht da. Also keiner von uns hat da gelebt. Amen. Er hat schon seine Liebe bewiesen, bevor wir gekommen sind. Bevor wir angefangen haben, ihm zu verleugnen, ihn zu beleidigen, ihm weh zu tun, ihm zu verletzen, ihn zu verleugnen. Er hat uns schon geliebt. Sag mir bitte, was für ein Prophet hat er davon? Gar nichts. Und er möchte, dass wir ihn genauso lieben. Weil er ist der Erste in allem. Amen. Wow. Was für eine Liebe. Das heißt, wann hat er sich gegeben? Am Kreuz. Amen. Aber er spricht schon vom Kreuz. Ja, zu 100 Prozent einverstanden. Aber er spricht auch schon, er geht noch viel weiter zurück. Viel weiter zurück hat er es schon gemacht. Wir lesen. In Offenbarung. Offenbarung. Kapitel 13. Ab Vers 8. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten. Jeder, dessen Namen nicht geschrieben, ist im Buch des Lebens, des geschlachteten Lames, von Grundlegung der Welt an. Das Lamm wurde schon geschlachtet von Grundlegung der Welt. Bevor die Welt gemacht wurde, war das Lamm schon geschlachtet. Hat er schon seine Liebe bewiesen. Schon in der vergangenen Ewigkeit hat er ihn schon geliebt. Wow. Von welchem Lamm spricht man? Von Joshua. Das Lamm Elohims, der die Sünde wegnimmt. Das Lamm, was Johannes, der Teufel, uns vorgestellt hat. Amen. Das heißt, er, diese Liebe, die er von uns verlangt, er ist nicht wie die Pharisäer, er sagt nicht tut, aber er tut sie sich selbst nicht. Er hat es schon getan. Er hat es schon bewiesen, dass es möglich ist. Weil es der Weg. Und wir sind gekommen, um auf seinen Weg zu laufen. Amen. Das heißt, wenn er das gemacht hat, das heißt, wir können das auch. Vergiss, wenn ich Joshua war 100% Mensch, 100% Elohim. In Anführungsstrichen Gott. Amen. Liebe dein Elohim vom ganzen Herzen, von deiner ganzen, von der ganzen Kraft, von deinem ganzen Verstand. Liebe ihn. Aber so. Und das zweite Gebot, sagt er uns, wir gehen wieder zurück nach Matthäus. 22. 22. Matthäus 22, da wo wir waren, wir waren da ab Vers 34, haben wir das angefangen zu lesen. Die Frage, die wir stellen müssen jetzt, ja, wieso kommst du zum Herrn? Wieso bist du zum Herrn gekommen? Was ist deine Motivation? Was ist dein Ziel? Das ewige Leben ist gut, aber wenn was anderes ist, bist du auf dem falschen Weg. Weil wenn du die Sache bekommst, was machst du danach? Dann hast du schon dein Ziel erreicht. Oder? Wenn dein Ziel war, ein Auto zu haben, also dein Ziel erreicht, dann wirst du in deinem Auto hierbleiben. Weil du hast selbst schon in deinem Endstation Gesuch ausgewählt für dich. Obwohl dieser Zug noch weiterfährt. Aber du bist ausgestiegen. Amen. Was ist dein Ziel? Die Ehe? Ja, das ist vielleicht an der vierten Haltenstelle. Steigst du aus. Aber der Zug fährt weiter. Also bleibst du hier, wenn das dein Ziel war. Aber wenn dein Ziel das ewige Leben ist, auf dem richtigen Weg bist du. Amen. Und zwar, wir lesen weiter, Matthäus 22, Kapitel 22, und da sagt er, wo sind wir hier? Vers 39, das Zweite aber ist das Erste gleich. Also auch die Wurzel. Agapau. Amen. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Also du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Und da sagt er, an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Aber was ich richtig interessant finde hier, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Also musst du erst mal anfangen, dich selbst zu lieben. Aha. Oder bist du einer, der immer jammert? Ah nein, mein Leben ist, mein Leben ist, ja? Ah nein. Liebst du dich selbst? Ah, ich bin, ah, ich bin ein Loser. Ah, ich bin nichts. Ich schaffe nichts. Wenn du dir das sagst, was erwartest du, was dann aus dir werden soll? Du musst dich akzeptieren, so wie du bist. Amen. Du bist 1,50 Meter, kein Problem, aber du bist komplett. Vor allem, wenn du den Heiligen Geist in dir hast. Was glaubst du denn? Oder? Amen. Liebe dich selbst. Sei dankbar für das, was du hast, für das, was du bist. Der Herr hätte aus dir auch einen Baum machen können. Oder ein Tier. Und man hätte dich geschlachtet. Nein. Aber er hätte aus dir sein Ebenbild gemacht. Er hätte dich geformt, hätte dich Zeit genommen, er hätte dich geformt, wie uns 1. Mose sagt. Und er hat in deinem Werkmann, in deinem Nasen, sein Odem, sein Atem gegeben. Du bist lebendig. Jammer nicht. Jammer nicht. Suche nicht Fehler, die es gar nicht gibt, nur weil die Welt dir ein falsches Bild zeigen möchte. Deswegen sagt unser Römer 2, Römer 12, wir sollen nicht, wir lesen das kurz. Römer 12. Ich weiß, ihr liebt das Wort, deswegen, habt ihr auch nichts dagegen, wenn wir lesen. Sondern, gleichzeitig könnt ihr auch prüfen, dass, was wir sagen, in dem Wort geschrieben ist. Amen. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch, Brüder, durch die Erbarmung Gottes, eure Leibes darzustellen, als ein lebendiges, heiliges, gottgewohlfälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig, dieser Welt, diese Welt wird vergehen. Alle Dinge, die diese Welt sind, und diese Welt wird vergehen. Wir haben heute ein Problem, heute haben wir ein Problem. Warum? Weil, die Menschen präsentieren sich auf den sozialen Netzwerken von ihrer schönsten Seite. Und du könntest denken, dass dein Nachbar keine Probleme hat. Du könntest dann denken, dass dein Nachbar, dein Nachbar, ja, auf Wolke 7, obwohl es das gar nicht gibt, auf Wolke 7 lebt, wie man so sagt. Warum? Die Leute posten immer das Schönste, die posten sich. Photoshop, Bearbeitung, sogar mit unseren einfachen Handys kannst du deine Bilder bearbeiten, mit Snapchat und so weiter und so fort. Und wenn du das konsumierst, 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 denkst du, ey, du vergleichst dich, aber du vergleichst dich mit einem falschen Bild. Geh hinter diesem Bild und lern mal, die Person näher kennen. Du wirst sehen, vielleicht mehr Probleme als du. Aber sie täuscht. Wir täuschen uns. Wir zeigen ein falsches Bild von uns. Warum? Und deswegen leiden wir, weil wir wollen uns dieser Welt anpassen. Wir wollen uns dieser Welt anpassen. Aber diese Welt belügt uns. Diese Welt wird vergehen. Wenn diese Welt ewig wäre, wäre das gut. Aber es ist nicht so. Wir sollen nach dem ewigen Trachten, das wahre Bild, wir sollen nach dem Trachten, der sich versteckt, der Himmel und Erde erschaffen hat, aber sich noch versteckt. Und er meinte, die, die aushalten, die im Himmelreich kommen, die werden ihn endlich sehen, so wie er ist, der uns erschaffen hat. Und wir werden sehen, nach dem Bild wurden wir gemacht. Ach so. Nicht nach so, nach so, nach so. Nein. Sei nicht eine Kopie von jemandem. Du bist einzigartig. Dich gibst nicht zweimal. Auch wenn ihr Zwillinge seid, ihr seid einzigartig. Auch wenn ihr Drillinge seid, ihr seid einzigartig. Also versuche nicht eine Kopie von jemandem zu sein, weil dich gibst nicht zweimal. Du bist kein Massenprodukt. Amen. Sei stolz und sei dankbar. Liebe dich selbst. Nicht Götzen, die da werden. Davon rede ich nicht. Was steht mal in der Botschaft? Dass du anfängst vor dem Spiegel zu stehen, fünf Stunden. Ah, der Bruder hat gesagt, wie soll ich mich jetzt verlieben? Nein, das nicht. Aber du sollst dich akzeptieren. Du sollst dich so akzeptieren, wie du bist. Und dann kannst du anfangen, den anderen zu lieben. Aber wenn du dich nicht selbst liebst, wie willst du denn deinen Nächsten lieben? Geht das nicht. Amen. Wenn du dich nicht selbst liebst, wie willst du deinen Nächsten lieben? Unmöglich. Ah, nee, ich bin zu dünn. Ah, nee, ich bin zu dick. Ah, nee, ich bin zu so... Ah, ich will... Du meckerst, du meckerst, du meckerst. Und mit dieser ganzen... Wie nennt man das hier? Chirurgie, was man uns hier präsentiert. Bis du versuchst sogar... Fällst du in Versuchung, dein Leid, dein Gemeckere zu ernähren. Ah, nee, wir Europäer haben zu den Lippen. Ich gehe meine Lippen ein bisschen liften. Warum? Warum? Ah, nee, ich bin zu dunkel. Ich möchte mich bleichen. Ah, ich bin nicht zu hell. Ich möchte braun werden. Gehe ich in Solarium. Warum? Sehr natürlich. Der Herr hat dich so gewollt. Amen. Lerne, dich zu lieben. Dich zu akzeptieren. Sei dankbar. Amen. Und liebe deinen Nächsten wie dich, wie dich selbst. Das heißt, wenn du, was du essen hast, würdest du auch wollen, dass die Person auch was zu essen hat. Wenn du jemanden leiden siehst, muss es dir wehtun. Wenn du jemanden siehst, dem es an Kleidung mangelt, das wird dir wehtun. Weil die mangelt es nicht. Amen. Wenn du siehst, dass jemand ein Problem hat, dann schmeckt es dein Herz. Da, wo du was tun könntest, würdest du agieren. Weil du würdest dich selbst nicht freuen, wenn du dieses Problem hättest. Wenn jemand trauert, wirst du mit ihm trauern. Wenn jemand sich freut, wirst du mit ihm freuen. Amen. Wie dich selbst leben. Von den zwei Geboten. Wir haben vorhin gesehen, das waren 613. Das heißt, der Herr hat durch diese Versuchung von dem Pharisäer uns auch eine positive Antwort gegeben. Wir haben verstanden, dass die 613 Gesetze wurden resumiert in zwei Gesetze. Zwei Gesetze. Danke, Heiliger Geist. Wir werden noch etwas sehen. Wir werden kurz gehen in 2. Mose 20. 2. Mose 20. Der Herr hat gesagt, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. 2. Mose 20. Und Elohim redet alle diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Elohim, der dich aus dem Land Ägypten, ab Vers 1, der dich aus dem Land Ägypten aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine andere Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Und wenn wir den Herrn lieben, werden wir das nicht machen. Aber guck mal, wie viele Bilder wir haben. Wir haben verschiedene Jesus, die uns präsentiert werden. Einer mit blauen Augen, einer mit grünen, einer mit Bart, einer mit langen, mit kurzen Augen. Wo kommen diese Leute? Wer war der Fotograf, der ihn fotografiert hat? Wir haben andere Leute am Mekka, andere Leute am Lourdes und so weiter und so fort. Andere Leute am Buddha, das sind doch Bilder. Wir sollen das doch nicht machen. Wer hat den Herrn gesehen? Der Herr ist Geist. Amen? Und wenn du ihn liebst, wirst du gehorchen. Amen? Also das heißt aber heute, deine Bilder von Jesus, die Bilder von deinen Pastoren, die du zu Hause hast, das sind auch Götter. Wegschmeißen. Wegschmeißen. Gibt es keine andere Lösung. Das sind Bilder. Wenn du dich selbst als Gott präsentiert, wenn du immer ich, ich, überall auf den ganzen, du sagst du bist Christ, aber geh mal auf, geh mal auf den, auf den, ja, auf den Social Media, auf den Facebook, auf den Insta, da bist du viel mehr repräsentiert als dein Elohim. Und du sagst, du nutzt diese Seite, um das Evangelium zu verkünden. Nein. Du machst Werbung für dich selbst. Und was sagt der noch weiter? Vers 5. Du sollst dich von ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Elohim, bin ein eifersüchtiger Elohim, der die Schuld von Vätern heimsucht an den Kindern, an den dritten und vierten Generationen und denen, die mich hassen. Wow. Du sollst dich nicht von den Knien, Menschen knien von Menschen. Ah, das ist der große Prophet, ich knie mich von ihm hin. Du machst aus ihm deinen Gott, deinen Elohim. Wie viele Leute drehen sich hin von dem Papst und so weiter und so fort. Ihr macht aus denen euer Elohim, euren Gott, wenn du ihn liebst, wie der uns geboten hat in Matthäus 22, wirst du es ab heute nicht mehr tun. Amen. Wir lesen weiter. Der aber Gnade erweist an tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Also, tausend Generationen annennen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Wird die Konsequenz der Liebe? Das ewige Leben, wenn wir ihm das zurückgeben, was er uns gegeben hat. Wir lesen weiter. Du sollst den Namen des Herrn, deines Elohims, nicht zu Nichtigem aussprechen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Denke an die Sabbat-Tage, da haben wir gesehen, das war zeremoniell, und Heilige und um ihn heilig zu halten. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Arbeit tun, aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn, dein Elohim. Also, da haben wir gesehen, das ist auch einer von den zehn Gebote, aber es ist eine Zeremonie, weil die mussten man jedes Mal respektieren. Da werden wir das nächste Mal darauf eingehen, wenn der Herr uns das erlaubt. Amen. Wir springen kurz, Vers 12, Ehre deinen Vater und deiner Mutter, damit deine Tage lange wären im Land, dass der Herr dein Elohim dir gibt. das erste Geburt mit einer Verheißung, mit einem Versprechen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und die Bibel ist klar, wenn ich sage, Ehre deine Eltern, weil heute gibt es komische Zusammensetzungen von Eltern, aber hier hat man ganz klar gesagt, deinen Vater und deine Mutter. Amen. Ehren. Respektieren. Das ist doch deine Nächste. Lieben. Also wir sehen ganz klar, dass der Joshua recht hatte, dass die ganzen Gesetze, Gebote von den zwei sprechen. Wie viele Verse sind ungehorsam, sind rebellisch, aber sind in der Gemeinde predigen, singen, ja, sind aktiv, aber rebellisch gegenüber ihren Eltern. Weil die denken, ich bin 16, ich kann mir jetzt was machen, was ich will, ich kann mir einen Partner aussuchen, ich bin 18, ich bin volljährig, Deine Eltern bleiben deinen Eltern. Du sollst nicht von den Sklaven werden, davon hat keiner gesprochen, aber Respekt, die Wurzel davon ist die Liebe. Amen. Du sollst nicht stehlen, also, weil wenn du stehlst, tust du dem Nächsten was Schlechtes an. Wenn du dem Nächsten was stehlst, hast du ihm weh getan. Aber wenn du ihn liebst wie dich selbst, würdest du ihn nicht mehr stehlen. Amen. Weh es weiter. Du sollst deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Also wenn du deinen Nächsten liebst, wirst du das nicht tun. Ist doch klar oder nicht. Amen. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Also du sollst nicht neidisch sein. Also vergleichen, ah, der hat das, ich habe das nicht, aber ich will das unbedingt haben. Warum habe ich das nicht? Das müsste eigentlich mir gehören. Sollst du nicht tun. Sollst du nicht tun. Sonst bist du schon auf dem falschen Weg. Aber du musst dankbar sein für das, was du hast. Und glücklich sein, weil das, was der andere hat. Das müssen wir auch lernen. Wow, super. Mach weiter so. Amen. Du sollst nicht begehren, die Frau deines Nächsten. Also deine Frau, seine Frau, seine Frau, also sei dankbar für die Frau, die du hast. Andere haben keine. Amen. Ja. Aber gehre nicht. Hab, geh, 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 ich will, ich will, ich will, ich will. Noch sein Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind, noch sein Esel, noch irgendwas, was deinem Nächsten gehört. Auch nicht sein Hund, auch nicht seine Katze, nichts, nicht sein Portemonnaie, nichts. Sei dankbar für das, was du hast. und liebe den Nächsten wie dich selbst. Weil du auch nicht wollen würdest, dass man dir das antut. Was du nicht willst, was man dir antut, tu es nicht. Oder was du willst, was man dir antut, tu du es als erstes. Maschia. Er will, dass wir ihn lieben, er hat uns als Erster geliebt. Der ist perfekt, der ist wunderbar, der ist vollkommen, der ist alles. Und er sagt, das ganze Gesetz und die Propheten, ihr müsst euch vorstellen, damals gab es noch nicht diese Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Apostelgeschichte, gab es noch nicht, so kann man nicht festhalten. Die waren ja das gerade am Leben, aber es hatten die die Tora. Es ist die ganze Tora, die ganzen Gesetze, die ganzen Propheten, Jeremia, Jesaja, und so weiter und so fort, haben von der Liebe gesprochen, von den zwei. Und das will der Herr von uns, die Liebe. liest er zu Korinther, Kapitel 13. Er sagt, alles wird gehen, aber die Liebe bleibt ewig. Wer den Herrn hat, hat das Leben. Empfang Joshua nicht, wegen, wegen, aber weil er dein Schöpfer ist, weil er dich geliebt hat, deswegen soll es ihm lieben. Aus dem Grund, weil er am Kreuz für dich gegangen ist, er hat sein Blut vergossen, für dich und mich, für alle Nationen. Er war damals, damals war Yahweh von Israel, aber durch Joshua, haben wir die Möglichkeit bekommen, in das Allerheiligste zu gehen. Wir Nationen, Deutsche, Afrikaner, Amerikaner, Europäer, wir alle, wir waren draußen. Aber er hat uns zu sich angezogen, wie der sagt in Johannes 15. Keiner kann zu mir kommen, wenn mein Vater ihn nicht anzieht. Er ist der Erste in allem. Er hat sein Leben bewiesen. Er ist nicht wie die Pharisäer. Bla, 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 machen nichts. Aber er hat bewiesen. Und aus dem Grund, sollen wir ihm lieben. Punkt. Wer hätte uns erlösen können? Wer hätte unsere Sünden erlöschen können? Ab dem Fall von Adam und Eva herrscht die Sünde auf vielen Menschen. immer 3,23. Keiner kommt zur Helligkeit. Wir haben alle das Blut von Adam und Eva in uns gehabt. Aber an dem Tag, wo wir Joshua empfangen haben, gab es ein, wie sagt man das? Wir haben Blut gewechselt. Neues Blut bekommen, das Leben. Und mit dem Blut hast du auch die Kapazität, ihm zu lieben und den Nächsten wie dich selbst. Möge der Herr uns segnen, uns bewahren und uns helfen, sein Wort umzusetzen. Ihm allein gebührt die Ehre. Wir danken ihm für diesen Moment. Wir danken ihm für sein Wort. Wir danken ihm für seine Kraft. Wir danken ihm für sein Evangelium. Das, was uns zu ihm anzieht. Nicht zu einem Menschen, aber zu ihm selbst. Weil er allein ist ewig. Er ist die Ewigkeit. Das ist die wahre Ewigkeit. Das ist die Ewigkeit im Himmelreich Elohim. Amen. Wir danken den Herrn. Wenn jemand ein Anliegen hat, Themen, die er gerne mit uns besprechen würde, die Fragen hat zur Bibel, wir kennen nicht alles, aber wir sind bereit, uns die Mühe zu machen, eure Fragen zu beantworten. Ihr werdet hier unten sehen, unsere E-Mail-Adresse. Ihr könnt uns kontaktieren. Ihr habt Fragen, ihr habt konstruktive Kritik, ihr habt Ideen. Kontaktiert uns. Das ist die Gemeinschaft. Wir wollen zusammen für den Herrn arbeiten. Gibt es Gebetsanliegen, gibt es Themen, biblische Themen, Themen, die man vielleicht besprechen soll. Wir sind bereit, uns die Mühe zu machen, um zu forschen. Und wenn wir nicht können, auch andere Leute zu fragen. Wir können nicht alles. die Bibel sagt, wir kennen nur teilweise. Und wir sind auch bereit, uns zum Demütigen, zu Ältesten zu gehen, Leute, die uns gelehrt haben, die noch lebendig sind, und zu fragen, wie geht es aus? Was sagt die Bibel hier? Was sagt die Bibel hier? Uns wurde eine Frage gestellt. Schreibt uns, kontaktiert uns. Wenn euch, teilt das Evangelium. Ihr könnt euch gerne abonnieren. Ich wünsche dir, ich segne im Namen Joshua. Amen.